Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video und wir fangen an mit der Reihe, in der ich die Teams bewerte, beziehungsweise den Draft von einzelnen Teams bewerte, jetzt drei Jahre später. Ich glaube, gemeinhin anerkannt als so ein guter Zeitraum, nachdem man eine Draft-Klasse wirklich bewerten kann, sind so zwei, drei Jahre. Ich glaube, drei Saisons sind da ganz gut, wirklich, um einen festen Einblick zu haben. Ich werde das Ganze immer so gliedern, dass ich euch sage, wer aus der Draft-Klasse noch Starter ist bei dem Team und wer noch im Team ist, als Backup quasi. Wir werden das Ganze durchgehen. Ich glaube, ich werde mit den Noten ein kleines bisschen nach unten rutschen, in den schlechteren Bereich, was auch logisch ist, weil viele Spieler ja schon nicht mehr im Team sein werden. Wir werden schon ein paar komplette Busts haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, auch das wird sich durch die Videos dann wirklich klar rauszeichnen und ihr werdet das dann gut verstehen, wie ich bewerte, spätestens so nach dem dritten, vierten Video. Vorher noch eine Sache zum Fantasy-Football-Video von gestern. Wir haben inzwischen über 300 Anmeldungen, so viel hatten wir natürlich eigentlich gar nicht vorgesehen. Ich habe auch, glaube ich, was durcheinandergebracht mit der Auslosung und wie man reinkommt. Ich glaube, reinkommen ist wirklich einfach, die ersten, die kommen, malen zuerst. Und das mit der Auslosung ist dann nur, in welche Liga man kommt. Wir sind momentan am Überlegen, mehr Ligen als die zwölf eigentlich ursprünglich Angedachten zu machen. Wird vermutlich auch darauf hinauslaufen. Ich weiß nicht, wie viele wir am Ende wirklich machen werden. Hat natürlich auch was mit dem Sponsor zu tun, der die Ringe dann am Ende zur Verfügung stellt und so weiter. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden und checkt auf jeden Fall eure E-Mails, ob ihr da was kriegt. Wir fangen an mit der NFC East und den Giants heute. Wir können einen kleinen Blick auf die komplette Draft-Class werfen. Danach habe ich euch die unten dann kurz eingeblendet. Wir haben Andrew Thomas, Xavier McKinney, Matt Perth, Danae Holmes, Shane Lemieux, Cam Brown, Carter Coughlin, TJ Brunson, Chris Williamson und Tay Crowder. Das war damals die Draft-Class. Von diesen ganzen Spielern als Starter im Team sind momentan noch drei. Das sind einmal Andrew Thomas, Xavier McKinney und dann habe ich Danae Holmes noch dazu gezählt. Theoretisch dritter Cornerback, aber ich habe ihn als Nickel reingenommen. Übrigens bei den Startern, damit es jetzt nicht wieder eine subjektive Sache wirkt, von dem, ah, ich glaube, er wird starten und in dem Package wird er vier Blablabla kriegen, gehe ich einfach nach dem Projected Depth Chart von ESPN. Dann habe ich eine wirklich feste Sache, an die ich mich halten kann. Und man kann da nicht wirklich diskutieren. Wie gesagt, dritten Cornerback nehme ich dazu, weil Nickel heutzutage eigentlich für die meisten Teams die Base Defense ist, also drei Cornerbacks auf dem Feld oder zumindest fünf DBs auf dem Feld. Zusätzlich dazu in der Draft-Class noch vier Backups. Die restlichen Spieler sind nicht mehr da. Wenn wir uns die angucken, wir sehen, die ersten beiden Picks wurden auf jeden Fall genailt. Ich habe den Giants insgesamt eine zwei Minus gegeben. Ich glaube, ich mache da kein Geheimnis draus in der Videoreihe. Ich schreibe das nochmal von Anfang an oben hin. Also ich habe den Giants eine zwei Minus gegeben. Ich war hin und her gerissen, weil ja, die ersten beiden Picks wurden getroffen. Andrew Thomas hat Anlaufschwierigkeiten gehabt, spielt jetzt inzwischen aber sehr gut. Einer der besseren Tackles der Liga. Xavier McKinney, einer der besten jungen Safeties der Liga auf jeden Fall. Dahinter nimmt es dann ein bisschen ab. Danny Holmes in der vierten Runde noch getroffen und dahinter ist es dann wirklich relativ tot. Allerdings muss man sagen, drei Jahre nach einer Draft-Class sieben davon noch drin zu haben, auch wenn hier natürlich mehr als die sieben normalen Picks waren, sage ich mal, ist trotzdem noch eine starke Leistung. Und aus einer Draft-Class drei Starter, vier Backups mitzunehmen, finde ich, ist in Ordnung. Backup heißt übrigens bei mir in den Videos nicht Immediate Backup. Also nicht von wegen, wenn sich einer verletzt, sind die direkt auf dem Feld, sondern einfach nur in den hinteren Reihen quasi Bankspieler. Wie gesagt, finde ich in Ordnung. Die ersten beiden Picks genailed. Dritte Runde ist halt fast schon ein dreistelliger Pick gewesen, war jetzt nicht so schlimm. Und dahinter dann Danny Holmes, wie gesagt, noch getroffen. Ist eine gute Draft-Class. Ist jetzt keine extrem gute Draft-Class. Deswegen bleibe ich bei einer 2-. Nächste Sache, die ich noch vergessen habe am Anfang zu sagen, die ich über die Videos vermutlich auch immer nochmal wiederholen werde. Ich versuche mir nicht wirklich anzugucken, oh, wer war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board und so weiter. Weil das, glaube ich, ein bisschen zu einfach ist da jetzt nach ein paar Jahren zu sagen, oh, man hätte ganz einfach den und den draften sollen. Bei Spielern, bei denen man vielleicht zuerst nicht gedacht hätte, dass sie gut performen, die sich jetzt im Nachhinein aber als Stil herausgestellt haben. Deswegen achte ich da wirklich nicht drauf, sondern ich gucke wirklich nur auf den Ertrag aus der Draft-Class quasi. Ist bei den Giants in Ordnung, wie gesagt, eine 2-. Wenn sie entweder noch vielleicht noch mehr Spieler drin gehabt hätten, wenn die Qualität der Starter vielleicht noch ein bisschen höher wäre, wenn da jetzt ein absoluter Star dabei gewesen wäre, vielleicht wäre ich dann in 2-plus-1-Minus-Bereich gerutscht. Aber du hast zwei auf jeden Fall gute bis sehr gute Starter rausgeholt. Einen Starter und dann noch ein paar Backups. Ist eine gute Draft-Class. Ich bleibe bei 2-minus. Wir gucken uns die Draft-Class der Eagles an. Da hatten wir in der ersten Runde Jalen Rager natürlich Infamous Pick da. Dann hatten wir Jalen Hurts in der zweiten, Davian Taylor in der dritten, Kayvon Wallace, Jack Driscoll, John Hightower, Sean Bradley, Quaz Watkins, Prince Taker Wanogo und Casey Tewell. Die Spieler sind alle gedraftet worden von den Eagles. Daraus bleibt jetzt noch, oder bleibt dann noch zwei Starter. Hurts natürlich, Starter logischerweise. Und dann habe ich Quaz Watkins noch als Starter gezählt. Ist, glaube ich, auch laut ESPN der dritte Receiver. Deswegen whatever. Vier Backups. Also ähnliches Verhältnis wie bei den Giants, bloß halt ein Starter weniger. Aber ich sage so, insgesamt sechs Spieler aus der Draft-Class behalten. Und die auch wirklich noch zum Teamerfolg beitragen. Ist nach wie vor sehr stark. Das Problem bei der Draft-Class, deswegen ist es auch nur eine 3+. Obwohl man jetzt vielleicht denkt, Moment mal, die haben aus der Draft-Class in der zweiten Runde einen der besten Quarterbacks zurzeit gedraftet. Auch wenn er ein bisschen gedauert hat, ist ja eigentlich relativ egal. Warum ist es dann nur eine 3+. Ganz einfach, weil dahinter nicht wirklich viel los ist. Erstens kriegen die natürlich einen dicken Punktabzug, weil sie den First-Round-Pick versemmelt haben. Und das ist was, den hätte ich genauso versemmelt. Ich war großer Jalen Rager-Fan am College. Oder nicht Fan, aber ja, doch vielleicht Fan. Fand, er hat einen sehr guten Job gemacht. Und ich habe die ganze Zeit bis eigentlich jetzt noch gehofft, dass er in der NFL funktioniert. Hat nicht geklappt. Dadurch, dass er natürlich das Ganze immer noch mit Justin Jefferson verbunden ist und so weiter, hat man das noch genauer im Kopf. Wie gesagt, wollte ich nicht mit reinnehmen in die Videos, wer kurz danach gedraftet wurde. Aber auch ein Davion Taylor, Kayvon Wallace, Jack Driscoll, die ganzen, die noch in den ersten 4 Runden gekommen sind, da ist nicht mehr wirklich was, was jetzt krasser Leistungsträger ist bei den Eagles. Es ist insgesamt nicht schlecht. Und natürlich gebe ich ihnen Credit dafür, dass sie Jalen Hurts sowohl gedraftet als auch entwickelt haben. Aber mir fehlt einfach wirklich der Impact dieser Draft-Klasse, abgesehen vom Jalen Hurts-Pick. Selbst der einzig andere Starter, den du drin hast mit Chris Watkins, ist es wirklich ein Quality-NFL-Starter. Vermutlich eher nicht, sondern mehr so ein Gadget-Guy, einfach weil er super schnell ist. Also ich glaube, der einzig wirklich richtig gute Pick in der Draft-Klasse ist Jalen Hurts. Nochmal, ein Chris Watkins in der 6. Runde mitnehmen ist natürlich immer noch ein kleiner Stil. Aber der einzig wirklich gute Pick ist Jalen Hurts, meiner Meinung nach. Deswegen ist es eine 3+. So, wir gucken uns die Cowboys-Draft-Klasse an. Da haben wir CeeDee Lamb, dann Trayvon Diggs, Neville Gallimore, Reggie Robinson, den zweiten Teil der Biadash, Bradley Anai und Ben DiNucci. Ben DiNucci war ja Seattle, wie hießen die immer? Dragons, Sea Dragons, was auch immer. XFL Superstar auf jeden Fall vergangenes Jahr. Bei den Cowboys sind insgesamt 3 Starter bei rumgekommen und ein Backup. Die Starter sind natürlich Lamb, Diggs und Biadash. Und das ist richtig guter Value. Deswegen ist es am Ende ein 1- geworden, auch bei mir. Ich glaube, das ist eine der besseren Draft-Klasses, die man sich so nach 3 Jahren angucken kann, weil keiner der Picks wirklich in den Sand gesetzt wurde. Wenn wir uns die ersten 5 Picks angucken, Reggie Robinson, okay, hat nicht so gut funktioniert. Aber wie gesagt, Taleb Jadash in der 4. Runde mitzunehmen ist sehr stark. Neville Gallimore ist ein Priority-Backup, der wäre bei manchen Teams definitiv Starter auf Defensive Tackle, auch bei nicht wirklich schlechten Teams. Trayvon Diggs ist einer der besten Cornerbacks der NFL, auch wenn er sehr viel diskutiert ist, weil ich glaube, die Interceptions ihn teilweise ein bisschen besser aussehen lassen, als er ist. Aber manchmal Blown Assignments und so ihn auch schlechter aussehen lassen, als er ist. Also der ist ein sehr guter Cornerback. C.D. Lamb, einer der besten jungen Receiver der NFL. Also das ist schon eine wirklich sehr, 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 sehr gute Draft-Klasse. Wenn du 4 von den ersten 5 Picks eigentlich nailst, das ist sehr stark. Selbst der Ben DiNucci-Pick dahinter hat sich als nützlich erwiesen jetzt zur Zeit halt nicht mehr wirklich. Bradley Anahe ist ein bisschen schade, dass es nicht so funktioniert hat. Aber auch der hat definitiv seine Momente gehabt und wird sie auch vielleicht noch haben, so, wer weiß. Aber ja, ich glaube, das ist eine der besseren Draft-Klasse, die wir uns jetzt angucken werden von 2020. Und ich weiß auch nicht, ob mir da viele Leute widersprechen werden, diese 1-. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich eine glatte 1 hätte geben wollen oder eine 1+, oder so, das will ich mir aufheben für so geisteskranke Draft-Klasses, die man ja manchmal hat. Und ich glaube, in dem oder auf dem Level ist diese Cowboys-Klasse noch nicht. So, du hast sehr, sehr gute Picks dabei. Hier ist aber zum Beispiel jetzt kein Late-Round-Steal, der extrem gut ist. Und manche Draft-Klasse haben das halt alles. Die haben vorne ihre Picks genailt, die haben hinten dann noch Steals und so weiter. Deswegen will ich mir die 1 und die 1+, für sowas aufheben. Cowboys trotzdem eine sehr gute Draft-Klasse und kriegen von mir eine 1-. Als letztes dann der Blick auf die Commanders-Draft-Klasse. Wir haben Chase Young, Antonio Gibson, Sadiq Charles, Antonio Gandy-Goldenkeith, Ishmael, Kalik Hudson oder Kaliki Hudson, Cameron Curl und James Smith-Williams. Aus der Draft-Klasse sind tatsächlich noch 3 Starter rausgekommen. Einmal natürlich Young, dann Sadiq Charles und Cameron Curl und 3 Backups. Ich war die ganze Zeit am Hin- und Herüberlegen. Am Ende ist es nur eine 3 geworden. Und das ist, glaube ich, sehr davon abhängig, wie man den Chase Young Pick bewertet. Weil es an sich ein guter Pick ist. Unumstritten so. Der Spieler spielt gut. War aber jetzt viel verletzt. Und man hat leider noch nicht so wirklich viel von seinem Potenzial sehen können. Und er konnte sein Potenzial noch nicht so viel entfalten. Ist es die Schuld von den Commanders? Höchstwahrscheinlich nicht. Hätte man das vorhersehen können als Commanders? Hätten andere Teams das vorhergesehen und hätten ihn nicht gedraftet auf 2? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber am Ende muss man trotzdem gucken, was bei dem Pick rumgekommen ist. Gerade wenn ich jetzt sage, wir haben noch so viele Starter und so viele Backups und so. Es könnte auch einfach sein, dass du einen super guten Spieler draftest zu Andrew Luck mäßig, der dann einfach aus dem Nichts aufhört. Und den würde ich ja dann trotzdem hier in dieser Aufzählung als Nicht-Starter und Nicht-Backup zählen und so weiter. Obwohl das Team, in dem Beispiel die Codes, da eigentlich nicht wirklich was für können. Ich gebe deswegen Chase Young keine so gute Note. Und deswegen ist die Insgesamtnote auch runtergerutscht auf eine 3. Gerade auch, weil jetzt Trade-Gerüchte immer wieder laut werden, dass er eventuell getradet wird, vielleicht noch vor der Saison und so weiter. Glaube ich tatsächlich nicht, weil ich nicht glaube, dass Teams da eine Kompensation für anbieten würden. Also einen Trade-Wert, mit dem die Commanders zufrieden sind. Aber ey, es könnte passieren. Und meistens ist es, wo Rauch wird, oder wo Rauch wird, genau, wo es Rauch gibt, auch Feuer. Das nächste ist, drei Starter klingt gut, aber Sadiq Charles ist halt auch so ein eh-Starter. Ist umgesattelt worden oder was auch immer vom Offensive Tackle auf Guard jetzt inzwischen. Und ist eh. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das so wirklich viel reinzieht als Starter. Das ist so ähnlich, wie ich Quest Watkins eben als Starter hatte. Oder ein Darnay Holmes. So, ja, vielleicht sind die Starter, aber es ist jetzt wirklich ein krasser Impact-Player auf gar keinen Fall. Wofür sie auf jeden Fall Punkte gekriegt haben, oder in meinem Kopf gekriegt haben, ist Cameron Curl. Den in der siebten Runde zu nehmen, sehr stark. Ist ein absoluter Stil. Hat seinen Draft-Slot auf jeden Fall outperformt. Er spielt viel besser als einen siebten Runden-Pick. Dann gibt es noch so merkwürdige Sachen, wie Antonio Gandy-Golden, der inzwischen jetzt gar kein Begriff mehr ist. Bei dem ich eigentlich sehr Hoffnung hatte. Der wurde irgendwie ein bisschen weggegadgetet bei den Commanders. Also weiß ich nicht genau. Da gebe ich denen auf jeden Fall Minuspunkte für. Ich bin immer noch der Meinung, sie setzen Hudson nicht richtig ein. Weil sie halt komplett versucht haben, ihn umzustellen von dem, was er bei Michigan gut gemacht hat. Deswegen weiß ich nicht, warum. Dann die Antonio-Gibson-Sache ist halt auch so ein Ding. Nachdem Robinson gedraftet wurde, haben sie irgendwie gefühlt versucht, ihn nach vorne zu bringen. Und ich weiß nicht genau, warum. Ob das vielleicht auch mit der Storyline zu tun hatte, dass er da angeschossen wurde oder so. Vielleicht auch ein bisschen überzynisch, der Gedanke. Aber ich mag Robinson sehr. Und ich habe mich gefreut, dass er da zum Starter gemacht wurde. Aber das, was er in der Zeit gezeigt hat, war jetzt nicht wirklich besser als das, was Antonio Gibson gezeigt hat. Der auch eine sehr, sehr starke Phase hatte, gerade bevor Robinson gekommen ist. Deswegen zählt Gibson auch nicht wirklich als Starter laut ESPN. An sich trotzdem aber ein ganz guter Pick. Also es ist auf keinen Fall eine fatale Draft-Class. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es eine wirklich gute Draft-Class ist, so wie es jetzt zur Zeit aussieht bei den Commanders. Dementsprechend gebe ich denen eine ganz glatte, neutrale 3. Alright, das war es mit dem ersten Video dazu. Erstens, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Zweitens, wenn ihr Änderungswünsche habt, wenn ihr wollt, dass ich die nächsten Videos von den nächsten Divisions irgendwie anders aufziehe, dann schreibt mir das gerne und ich gucke dann, ob sich das machen lässt, ob das einfach umsetzbar ist für mich und so weiter. Und wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.